John Doe, lasst es einfach sein, okay? Lasst es einfach sein, ohne Scheiß. Und das lösche ich. Nein, echt, darauf habe ich keinen Bock. Lasst es sein, auf andere Kanäle hinzuweisen, dann werde ich hier ungemütlich. Selbst an den nächsten Abend mache ich hier dann den Ungemütlichen, ohne Scheiß. Auf in meinem Chat hier Werbung zu machen für irgendeinen AFG-Scheiße oder sonst irgendwas. Für irgendeinen AFG-Scheiße. Für irgendeinen AFG-Scheiße. Ehrlich, nee, echt, geht gar nicht. Es ist echt unanständig. Es ist einfach, es ist einfach das Hinterletzte, ja? Da drehe ich durch. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich drehe da durch. Ich hasse es, ich hasse es einfach.